Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ist das nicht besonders? Da ist gar nichts besonders. Überall gibt es Blumen. Und wie die duftet, riech einmal. Oh, das riecht gut. Woher die Blumen wohl weiß, dass sie so schön wachsen kann. Und wie sie den Duft wohl macht? Die kann es einfach. Ja, von was leben die Blumen? Von Gürtel, von Fick und Gürtel. Nein, wer gibt dir Blumen zum Fressen? Die kann ja nicht hier rumlaufen und die Futter suchen. Die Blume muss ja von irgendwas leben, Krokodil. Gute Frage, Klein Martin. Keine Ahnung. Äh, doch, ich weiß. Von Wasser, vom Regen, vom Regen. Aber Krokodil, wenn ich Wasser trinke, also nur Wasser trinke, wäre es auch durstig zu sein. Ja, aber sagt mir nicht, die Blume schon. Keine Ahnung, was die Blumen fressen. Bis dem immer angleichen, was ich habe noch nie zugedaut, dass Blumen fressen. Dann werde ich die Großmutter fragen. Kürtel. Servus, Klein Martin. Hallo, Großmutter. Hallo, Großmutter. Ja, Klein Martin, schön, dich zu sehen. Großmutter, auf dem Weg habe ich eine wunderschöne Blume gesehen. So schöne Farben und rot und sie hat so gut gerochen. So gut. Weißt du eigentlich, von was leben die Blumen? Was essen die? Ja, Klein Martin, das ist eine gute Frage. Ja, weil herumlaufen können sie nicht und essen suchen oder einkaufen gehen. Ja, das müssen sie auch nicht. Das Wasser und die Mineralstoffe holen sie sich aus der Erde. Die Bausteine, die zu wachsen, holen sie sich aus der Luft. Und die Lebensenergie und die Kraft, die kommen sie von der Sonne. Großmutter, das mit dem Wasser, das habe ich mir auch schon gedacht. Aber die Bausteine, wie können sich Blumen Bausteine aus der Luft holen? Das ist ein komplizierter Vorgang. Und doch kann das jede Pflanze. Das Grüne in den Blättern, das heißt Chlorofüll. Oh, Chlorofüll. Okay, füllen Sie sich. Ja. Das ist ein Stoffverkrank. Wenn die Sonne drauf scheint, Teile aus der Luft aufnehmen und zerlegen. Diese Teile sind dann CO2. Das C, die Kohlenstoff, verwenden die Pflanzen, um zu wachsen. Und das O2, den Sauerstoff, brauchen sie nicht und das kommt dann wieder ab. Und so entstehen kleine, zarte, wundervolle Blumen. Boah. Aber auch riesige, tonnenschwere Bäume. So groß wie zum Beispiel die Linde da draußen im Fahrgarten. Langtieren, Kaffee, könnt ihr es euch anschauen, Kinder. Der Kohlenstoff. Die Kohlenstoffbausteine nehmen sie aus der Luft. Das heißt, die Pflanzen leben von der Luft. Nicht ganz. Sie brauchen dafür immer Sonne. Oje. Oje. Warum? Ja, wenn die Sonne einmal nicht scheint. Aber klein Martin, die Sonne scheint jeden Tag. Auch ein Wolken sind. Immer ist genug Licht da. Das hat sich aber jemand wirklich fein ausgedacht. Die Pflanzen müssen sich also nur jeden Tag noch so ausstrecken zur Sonne und schon werden sie satt. Das hast du schön gesagt. Das ist bei uns nicht. Wie? Ja, du weißt doch, im Vaterunser beten wir unser tägliches Brot mit uns heute. Da bitten wir Gott, dass er uns geben möge, was wir jeden Tag brauchen. Mhm. Meinst du, dass Gott wie die Sonne ist? Wir müssen uns einfach nur zu ihm ausstrecken. Ja, jeden Tag. Das sagt er uns. Immer? Jeden Tag? Hoffentlich. Genau darum bitten wir ihn jeden Vaterunser. Und wenn ich zu dir komme, bekomme ich immer einen Kuchen, stimmt's? Ja. Ja. Immer? Jeden Sonntag? Hoffentlich. Klein Martin, ich hab dich. Ich bin dich auch groß, Mutter. Du bist die Beste.